Pasha nimmst neue EPs gedroppt und voll mit Wörtern, von denen wir gar nicht wissen, was sie eigentlich heißen. Aber keine Sorge, euer Allmann des Vertrauens ist da und erklärt sie euch kurz. Ein Wort, das sehr oft vorkommt, fasst in jedem Song, Tachos. Tachos steht für das arabische Wort Tacharia und das heißt übersetzt Polizei. Nächste Line. Dauli heißt auf Deutsch sowas wie Staat. Er sagt hier also sowas wie, dass der deutsche Staat sein Auto konfisziert hat und bei sich geparkt. Kleine Zusatzinfo, das F steht für das Kennzeichen einer Druckluftwaffe. Dritter Begriff, Tach-Tach. Den benutzt er unter anderem auf erster Song. Tach-Tach steht für den Handel mit Drogen, was wiederum zu viel Geld führt. Und dieses Geld investiert Pasha dann zum Beispiel in Designer-Klamotten für seine Jungs. Man kennt's. Von welchem Artist sollen wir denn das nächste Mal die Lyrics checken? Schreibt's mal in die Kommentare. Meinst du, Tach-Tach wäre auch was für mich?